Läuft der Spaß? Komm, ich will ein Bild sehen. Ja, geht doch. Jetzt will ich mal was testen. Wenn ich jetzt am Handy auf diesen Stream draufgehe, dann sehe ich sie in der Verzögerung, wann das genau war. Jetzt wird mir ein Zuschauer angezeigt. Jetzt sind es aber wieder zwei Zuschauer. Es ist aber ein Phänomen. Manchmal bin ich hier mit dem Handy drin, da sind es null Zuschauer. Also würde ich sagen, dass mein eigenes nicht zählt. Aber... Ja, siehst du, jetzt bin ich mit dem Handy drin, es steht nur Zuschauer. Ich muss noch kurz natürlich mal den Link weiterschicken. Eine Stunde. Du machst das nochmal am Handy. Äh... Ah, lust. So. Ich habe gar keinen Plan mehr, wo ich hier stehen geblieben bin, was überhaupt mein Ziel war. Ich musste dann aber irgendwann aufhören, weil es schon zwei Uhr nachts war und ich... Kein Bock hatte, das Spiel bis um fünf zu spielen. Und ob ich sogar am nächsten Tag früh aufstehen musste. Genau. Hier waren wir soweit. Das hatten wir aber noch nicht hier unten. Wo wollte ich hin? Ich wollte das holen. Melos. Da ist nämlich der Boss, der nämlich die ganze Zeit Krieg hat. Habe immer noch. Der ist von ihm. Der hängt hier bei mir. Ich habe keine... Keine Leute hier unten. Könnte die ganze Zeit hier einer reinrennen. Ach ne, hier ist einer. Ne, der ist nicht von mir. Ist vom Feind und belagert der mich? Habe ich mit dem Krieg? Wer ist das? Das ist so ein scheiß Plünder oder so ein... Äh... Wo sind meine Jungs? Als ob ich die alle hier oben habe. Hier ist einer, hier ist einer und der andere hier oben. Ah, wo ist der? Schatte 3. Kann ich das nicht sogar sehen? Hier ist es hier. Der ist schön am Regenerieren. Der soll erstmal chillen, der Junge. Ach, der ist Rentierum? Ja, der Ach so, der ist gerade... hier auf dem Weg. Ja, macht Sinn. Er? Ach, er ist... Er ist verwundet. Er ist einfach verreckt. Ich habe gar keinen Plan. Und was habe ich mit dir vor? Das Schiff sieht so aus, als würde ich in die Richtung fahren. Aber warum? Mal gleich mal umdrehen. Mission, was haben wir denn hier überhaupt noch? Genau. So. Die Kacke. Der Ratz. Der Schmutz. Der Schund. Der Mumpitz. Der Zappalo... Hier bin ich sogar kurz davor. Hier bin ich sogar kurz davor. Auch nur die Scheiße. Und den. Keck boon. Wenn ich die zwei hole, dann bin ich schon... Bin ich ein Anax? Hier ist es auch, aber... Da müsste ich Athen und Marathon holen. Ja, vor allem Athen. Das machen wir ganz sicherlich nicht. Vor allem sogar Megara. Müsste ich sogar holen. Hat Salami? Hab ich Salami? Ne, ich bin daneben. Und das hier. Da fehlt noch einiges. Gut, komm mal mal weiter hier. Das ist... Das ist Odysseus Fraktion. Mit dem... Bin ich eigentlich gut. Brauch ich mir ja keine Sorgen machen. Mh, mit den... Miesen... Kackratten hab ich auch noch. Krieg. Ne, kann ja Achilles jetzt nicht weg, wenn da schon wieder ein Boot von denen kommt. Ach, wie... Ich hab's schwer im Leben. Ich hab's echt... Ich hab's echt nicht einfach im Leben. Und wer bist du? Minoche... Ne... Minoche... Die müssten ja von ganz unten rechts kommen. Können losers. Keine Ordnung. So... Yes... Feindliche... Agentaktivität. So, das ist ja was... Mh... Du könntest aber auch mal kurz so einen Seitenstecher machen, ne? So würde... Und uns, glaub ich, alle freuen. Naja, so. Warum nicht? Äh... Puh... Wo wollte ich da hingehen? Ich wollte das hier holen, ne? Ne, das... Oh, ich könnte sogar einen was holen. Dann hole ich das jetzt. Guck mal, ich hab 13.000 Aho. Ich bin ja wieder richtig fett im Plus. Lol. Das wird beides geholt. Danach das. Dann hab ich schon mal den ersten Baum fertig. Oh. Der blanke Wahnsinn. Was war das? Sie gerade? Wie weit kann sie denn? Loi! Oh, wie weit die... Komm, schippe mal hier rüber. Ich will sehen, ob die alle da noch ist. Und dann schippe ich mal komplett hier hoch, um das ganze Gebiet ein bisschen zu erkunden. Von dort oben kommen nämlich die alle, mit der ich noch Krieg hab. Oh, hörst du, wenn die Gäste sprechen. Ich bin nicht möglich, zu passen. Legende! Geh allein! Ich hoffe, dass wir hier zwei mal sind. Geh nicht zu viel. Geh auf die Welt! Ja, gut. Bleibst da drin. Du... ...bleibst auch... ...da drin. Was haben wir noch? Ich denke an die Sonja, das ist klar. Ja, das ist klar. Siedlungsverbesserung. Der Rotz... Und damit sind wir schon fertig. Was fehlt denn jetzt? Stein und Holz zum Beispiel, ne? Aber wir sind überall im Plus. Also da hab ich tatsächlich beim letzten Mal tatsächlich nochmal... ...tatsächlich nochmal... ...tatsächlich... ...tatsächlich nochmal was... ...tatsächlich nochmal was... ... tatsächlich nochmal was gerettet. Tatsächlich. So. ... Ja komm. Ja komm ruhig. Ja. Komm. Okay komm doch nicht. Scheiße! Bruder! Ist mir ein bisschen zu viel jetzt! Äh. Da müssen wir jetzt gleich den Junge hier ranholen. Dann müssen wir gucken, was wir machen. Wir haben noch unsere Siedlungsgarnison. Scheiße, Junge. Das könnte da gleich richtig knallen. Moment, das gibt glaube ich ein richtig böses, also ein richtig böses, böses, verheerendes Ackermatch gibt es da gleich. Der Bastard wächst da und macht meine scheiß Siedlung kaputt. Ich kann nichts machen. Ich kann es mir einfach nicht leisten. Ich hätte mal Truppen holen können, die über die Runden jetzt. Ich hätte mal Achilles voll auf 20 machen können. Ja, jetzt belagert er ich das auch noch. Ui. Was wäre das? Ähm. Achso, glorreiche Niederlage. Ne, das fächte ich selbst aus. Das könnte... Das könnte nach hinten losgehen. Das könnte aber, wenn ich es irgendwie einigermaßen ordentlich anstelle. Guck mal, er kommt komplett von dort. Seine ganze Streitkraft ist hier. Er hat Streitwagen. Aua. 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 Das tut jetzt schon weh. Wenn ich euch hier hinten sammle. Hinter den Gebäuden oder irgendwo. Ich will vielleicht, dass die sich trennt mit dem Wagen. Sind das... Ja, okay. Das sind Streitwagen. Das sind... Ich dachte schon gerade, da hätte zwei verschiedene Streitwagen. Wenn wir uns hier irgendwo hinter... ...stellen können, dass die Streitwagen halt nicht so... ... auf 3000 kmh beschleunigen können. Hier auch nicht reinwamsen. Ne, das ist auch nicht genau. Dann können die auch von hier so... Warte mal. Was mach ich denn? Äh. Warum wollen die sich da nicht reinstellen? Okay, jetzt haben wir hier Schwertsperr. Hier geht in die Mitte. Wir machen das jetzt... ... richtig ordentlich. Schneidern. Sperre. Nein! Mann! Sperre. Sperre. Das geht breiter. So. Und hier wieder schleudern. Andersrum. Einmal. Bitte. Und reinkommen. Ah, das ist eklig. Ich glaub nicht, das wird ganz krass. Ich glaub nicht, dass ich... Ach... Ich weiß nicht. Hätte ich Achilles statt den... ... normalen Stadtverteidiger... ... also... ... der würde hier auch Solo da oben machen. Der würde da jetzt den Würsch einfach hoch schenken... ... und würde ich das Solo wegkloppen lassen. Der Achilles ist OP. Dann können die irgendwo auf den Berg nähen, ne? Ne, geht nicht. Komm, komm mal ran jetzt. Ja. Da. Das hier drei... ... volle Bude da reinlangt. Ah, wirklich volles Rohr. Ich will die Streitwagen weg haben. Sonst haben wir ein Problem. Wenn die jetzt hier durchlangen... ... ist wirklich Schluss mit lustig. Was ist denn mit hier vorgehen? Mit ihr entflangt. Ich komm hier nicht durch. Da ist ne Wand! Das wusste ich nicht! Nee! Junge, Attacke! Alles rauf! 3... Denkt an den Kerngedanken! Ja, die Streitwagen verpissen sich. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. So, und jetzt... ... schön hier reinlang. Die Sperre da hinten, die sind irgendwie komplett am Arsch. Die sind geistig behindert. Gefällt mir. Finde ich super. Nein, die sammeln sich ja übel schnell wieder. Die kommen gleich direkt... Die drehen jetzt kehrt einmal. Die machen kehrt. Und dann ballern die hier komplett einmal durch. Ich seh's kommen. Ah, das sieht eklig aus. Das sieht ganz eklig aus. Er zieht ruhig weiter, komm. Geht die da mal ordentlich alle reinlang? Ist das jetzt zu viel verlangt, oder? Die ziehen durch. Die ziehen durch. Die jetzt gleich auch. Jetzt alle hier rauf. Jetzt ziehen die auch durch. Und dann geht's schön auf die Fernkampfeinheiten. Und safe, während ich die Fernkampfeinheiten hier auf dem freien Feld weg mache, kommen dann die Streitwagen von der Seite rein gelangt. Seh ich kommen. Jetzt kommen nämlich die anderen Sperre. So. Nicht hinterher rennen. So. Oh nein. Die sind ja richtig schlau. Die sind ja richtige Big Brains. Was? Fuck. Bin ich dumm? Wieso? So was denke ich schon wieder nicht. Entschuldigung. Die sind weg. Und weiter. Fuck. Ihr sollt da hinterher gehen. Jetzt kommen die ersten Sperre zurück. Okay. Was soll das, Jungs? Komm. Jetzt hier rauf. Die sind weg. Die sind nackt. Komm. Ihr müsst jetzt hier hin und die Streitwagen. Streitwegen. Streitwegen. Oh. Oh. Die haben gleich keine Muni mehr. Die sind ja noch im Lager und die brauchen keine Muni. Also. Jetzt nicht. Das können wir vielleicht nochmal ausnutzen, dass ich die ein bisschen zurückholen. Hier rennt alle schon weg? Der Feind nimmt euren Siegpunkt ein. Genau das meinte ich nämlich. Rein. Kümmert euch. Jungs. Ihr müsst mal wieder zurückkommen. Mach die nackt. Mach die richtig lang. Wann geht der denn zurück? Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Jetzt alle hier rein. bereit zu defendern. Ja. Wie ist das denn passiert, dass meine Schleuderer sich verpissen? Was ist denn bei euch los? Oh. Fuck. Fuck. Ja, ich will's hoffen. Und jetzt rein, bitte. Ich bitte euch sogar. Oh, scheiße. Wenn die jetzt die den Berg runter metern, ne? Das könnte richtig ekelhaft werden. Machen sie aber nicht. Danke. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab ja nur noch meinen Anführer. Der hier rumrennt. Bruder, geh mal, geh mal zurück, bitte. Ist ja richtig lost. Nein, der Anführer verreckt gleich noch. Zieh mal durch, Junge. Geht acht. Ihr verliert an Boden. F, 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 F. Jetzt, wa, was, wie, warum? Jetzt sind die gleich auch... Akzeptiere ich nicht. Akzeptiere ich nicht. Nein, akzeptiere ich einfach nicht. Dicker. Wie kann's denn überhaupt sein, dass die Rebellen meiner Stadt Streitweigen haben? Aber die Verteidigung der Stadt nicht. Was ist denn da passiert, Jungs? Kommt. Alle hier zusammen aufs Felde. Dann laufen wir hier einfach am Bohr rum und wenn's nicht klappt, dann scheiß drauf. Schön aufs offene Felde, damit die Streitwagen mir auch schön entgegenkommen können, ne? Damit man das auch... Na, Junge. Komm. Schön in den Schlamm. Ja, in den Schlamm. Können die Streitwegen nichts machen. Jetzt wird angegriffen. Ganz schlechtes Gefühl, wenn man hält. Das ist dein Schlamm. Du hast dich in den Schlamm. Das ist ein Schlamm. Ganz schlechtes Gefühl, wenn man und ich nicht, gerne noch nicht schlafen will. Es wird nur ein Schlamm. Und das ist dein Schlamm. Ich will, dass das nicht zu Hause sein. Kommt. Schön alles offeneinander fötere. Ich will, dass der weg ist. Der muss weg, aber das ist. gemacht werden. Der muss wirklich komplett lang sein. Komm, schön umzingeln, damit der da auch ja nicht rausrennen kann. Schön alles rein. Ist mir scheißegal. Komm, mach den lang. Mach den lang. Los. Guck mal, was der da abkriegt, man. Mann, jetzt fall doch mal um. Das ist dann schon langsam nicht mehr realistisch. Jetzt aber schleunigst. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Will ich da durchbrechen? Eure Hochburg wird bald fallen. Nein. Oh, sie müssen durch. Wir müssen da durch. Eure Krieger verlieren den Mut. Eure Krieger wurden in die Flucht geschlagen. Geht acht. Ihr verliert am Boden. Jetzt sehe ich den Schein. Ich habe einfach zu viel Zeit mit dem Scheiß. Was mache ich denn? Ach, Mann. Alle Mann. Hier. Und los. Kommt. Kommt in die Höhle des Löwen. Ich hätte mal einen Trupp irgendwo weiter nach vorne platzieren können. Und die dann so hinten rein lang. Hier, ihr Jungs. Kommt, ihr geht jetzt außen rum. Euer Held wird angegriffen. So. Sieht ist der Tor sehr ausgeglichen aus. Streitwagen direkt am Anfang weg, gefällt mir. Ja. 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 Das sieht anständig aus. Uns wird es aber auch langsam weniger. Der gelbe Bein steigt. 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 Der steigt. Die Bein in die Flucht, jetzt nur nach dich. Könnte man den vielleicht mal komplett weg machen. Ja, schafft man das, schafft man das. Komm. Mach die mal komplett lang. Komplett. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Komm. Ja. Jetzt hinterher. So, kommt die andere. Ja, die kommen wieder. Dann schicken wir die mit den meisten. Ne, guck mal, er kommt sogar mit. Er kommt mit, oder? Ja. Ja. Dann. Das. Ja. Das. 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 Sehr schön. Und jetzt ich unterstütze eure Jungs. Alles rein hier. Schön in den Anführer. Komm. Sobald er abhaut, aufhören. Okay, die ziehen schon durch. Die haben keinen Bock mehr. Jetzt kommen wieder ein paar Sperre-Jungs rein. Geht mal ein Sperrtrupp hier drauf. Sehr schön, sehr schön. Die Jungs wegmachen. Die Jungs sind weg. Man muss es nur richtig machen. Mein Gott. Schön. War doch nicht so schwer. Ein Katmännischer Sieg. Wir flühen die Schatzkammer. Sehr schön. Sehr schön. Nicht schön. So. Held in Garnison. Nicht bewegt. Du. Du. Decktes. Kommst. Hier runter. Dann, wir benötigen dich. Ach, wer ist? Der Bruder. Ich hab nochmal drei Jungs dazu. Und zwar... Streitwagen. Komm, wir geben dem Jungen mal den Streitwagen. Der hat schon den Streitwagen. Haben wir zwei, komm. Wie sieht's denn aus? Wir haben... Zwei... Fünf. Das sind auch Fankämpfer. Mal sieben. Der kann ja auch nicht so viel machen, ne? Gib uns mal so ein paar Keulen, Jungs. Und noch ein paar Jungs, die schön denken können. So. Genau. Genau. Ja. Genau. Wie kann ich den Steuern ändern? Oder in welchem Gebäude liegt das denn? In dem? Oh ja, scheiße. Soll ich das vielleicht einfach mal abreißen? Hm. Wie ändere ich das denn mit den Steuern? Was ist das denn? Hm. Guck mal, hier könnte ich wieder was. Äbliche Agenten, den Gesandten könnte ich mal holen. Was ist denn bei den... Achso, das sind Gesandte vom König. Plus 10 Bewegungsgeschwindigkeit. Plus 10 Einfluss, Plus 10 Einfluss. Komm, hol mal dich mal. Der ist direkt bereit, genau. Aber er kann auch nicht direkt hier rüber. Machst du mal nächste Wunde, bitte. Äh, hier kann man noch ein bisschen was bauen. Zufriedenheit ist super. Stein. Nahrung. Ah. Sieht's mit dem Einfluss hier aus? Seh ich das auch hier? Da bin ich noch nicht so ganz drin. Das ist die Zufriedenheit. Das ist ein Einfluss. Der steigt gerade. Köln. Dann könnte ich tatsächlich... Was haben wir schon nicht? Haben wir schon. So war es aber nicht. Das wäre hier tatsächlich mal ratsam. Ich hatte doch davor einen Leuchtturm, könnte ich schwören. Und bauen wir eine Leuchtung. So, in Pythia können wir jetzt nichts groß machen. Doch könnten, aber wir könnten. Wer war denn gerade? Wir haben noch eine Benachrichtigung. Das kann ich jetzt nicht mehr anklicken. Äh. Ja, hallo Lars. Sorry. Hab ich nicht gesehen. Weltereignisse. Bevölkerung. Krieg. Wo war das denn mit dem... Vorstehende Rebellion. Zum Dienst bereit. Genau. Er hier. Automedon heißt der. Das ist der. Den krieg ich direkt wieder aus Stufe 6. Ja. Komm her. Und ich geb dir gleich mal ein paar Truppen. Komm, Bogenschutz noch drei Stück. Wenn du in der Stadt bleibst. Bist du jetzt in der Stadt drinnen oder nicht? Sieht mir nicht so aus, als wäre der in der Stadt drinnen. Sieht das bei ihm aus wenn der in der Stadt ist? Da sieht man ihn auch nicht daneben rumstehen. Oh lol. Alter wie groß die Karte ist. Ja. Weiter. Bist du gerade erst aufgewacht, Laos, oder? Ihr wart gestern noch viel in der Party. Hab ich gehört. Ich hab gefragt ob du gerade erst aufgewacht bist. Und ich habe gehört, dass gestern noch vielleicht recht lange in der Party warst du. So. Bis im 2 oder im 3. Kommt das hin? Jetzt kommt der Bastard nochmal. Und meine Bastarde sind geschwächt, Mann. Ich dachte, ich nehme da immer die scheiß Reichtüme. Weil ich mir denke, so schnell kommt das nicht nochmal dazu, dass ich nochmal meine Siedlungsgarnison einsetzen muss. Ja komm mach ich. Ich hab da keinen Bock das selbst zu kämpfen. Wie? 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 Das ist so schön gemacht. So. Fehler machen wir nicht nochmal. Schön. Ehrlich. Ich bin irgendwann um 11 oder so. Halb zwölf. Ich bin irgendwann um 11 oder so. Ich hab dann noch mit Dennis irgendwo ein bisschen gelabert. Dann bin ich irgendwann... Also ich bin die ganze Zeit in der Party geblieben, lag aber schon seit um 11 dann im Bett. Und hab ihn dann ein bisschen labern lassen. Und dann ist er irgendwann gegangen und bin ich auch pennen gegangen. Ich bin halb zwölf eingepennt und bin aber bis um 12 oder so geschlafen. Ich war so scheiße müde. Letzte Nacht irgendwie nur so zwei, drei Stunden gepennt. Das ist genug. Jetzt geht's gleich wieder, krieg ich mit dem Getreide aus. Das ist genug. Das ist genug. Das Ritual der Erhebung. Das Ritual der Erhebung. Aris oder Athena? Ja. Ja, Gottes Kriege. Das seh ich mich schon eher mehr. Ich schau... Das ist ne gute Frage, Lars. Was? Kannst jetzt mal hier... Mal reinlangen. Und du, Bruder? Fällst dich in die Stadt. So. Was hast du zu wenig? Schleudere. Nicht ein Problem. Ich hab vor uns das wieder mal getestet. Ich mach den Stream an. Bin mit meinem Handy drin. Als ich mit meinem Handy reingehe, hab ich direkt einen Zuschauer gehabt. Aber dann war der wieder weg. Und dann hatte ich für ne Weile null Zuschauer. Und dann kam wieder irgendwie einer und dann kamen zwei. Und dann ist halt diese konsistente Zahl von zwei die ganze Zeit. Das Ding ist, ich hab ja hier nebenbei... hab ich diesen YouTube Studio die ganze Zeit offen, wo ich das hier noch so ein bisschen verwalten kann. Die ganze Scheiße. Und das ist halt auch die ganze Zeit offen. Aber ich glaube nicht, dass das als Zuschauer zählt. Kann ich mir eher weniger vorstellen. Und wenn ich mit meinem Handy drin bin, hab ich halt manchmal null Zuschauer. Das ist halt dann auch irgendwie komisch. So, hier baue ich jetzt nichts. Das könnte dann nämlich gleich kaputt gehen. Schön. schon aus. Äh... Äh... Na weiß ich weiß, es ist das Mysterium. Ach, ich kann's dir nicht erklären. Schaue gut! leider alleine. Er klang irgendwie beim letzten Mal ein paar Tagen so, dass er da jetzt schon keinen Bock mehr drauf hatte. Ja? Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Was? Warum steht er denn jetzt alleine? Hä? Warum steht er alleine? Er soll doch zur Siedlung dazugehören. Ja, Rückzug. Hä? Hä? Du wirst jetzt lang gemacht, du du räudige du räudige ich sag's nicht. Er ist ja mal übel dumm. Warum? Hä? Warum? Warum? Könnt ihr hier rein? Nur Einheiten der... Ja, ich hab doch auch nur die beiden gewählt. Da, ne? Hier rein, schön in den Wald. Genau, perfekt. Einfach perfekt. Maschal. Was wollt ihr, Jungs? So. Schön durch den Wald. Da vorne stehen sie. Ja. 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 Hör mir auf. Komm, zieht durch. Zieht einfach durch. Hau ab. Vor allem, die werden entdeckt und die Moral ging direkt runter bei den Jungs. Wenn ich das schon wieder sehe. Wenn ich das schon wieder... Was müssen meine Augen hier wieder sehen? Es ist schon wieder ein purer Reinfall. Es ist einfach nur ein purer Reinfall. Jetzt lass doch meine Jungs mal in Ruhe. Hier. Okay, drüber. Hier. Geht hier rüber. Kommt, jetzt will ich aber mal was sehen. Hier. Ne, 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 ne. Das könnt ihr gleich vergessen, so eine Scheiße. Jeder wird hier beschäftigt. Und belustigt. Wie weit schießt ihr denn? Halt's Maul! Rein jetzt, komm! Ach, das gefällt mir schon wieder gar nicht. Ach, das sieht schon wieder... Das ist eine pure Niederlage. Das sehe ich jetzt schon. Es gibt schon wieder nur aufs Maul für mich gerade. Jetzt macht die lang. Bitte. Wenigstens was. Ja, verpisst. Zieht alle durch. Nein! Hört doch auf mit sowas. Enttäuscht mich doch nicht so sehr. Könnt ihr denn nicht machen? Ja, ja, schön einmal durch da. Nehmt den Sperr in die Hand und dreht... Dreht euch im Kreis. Dreht euch mit dem Sperr in der Hand im Kreis. Mehr will ich nicht. Das gefällt mir nicht, was ich hier sehe. Es gefällt mir nicht, was ich hier sehe. Jungs, rein da. Aber ganz flott. Das sieht gut aus. Hier hinten, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Macht weiter. Könnt ihr jetzt mal umdrehen und euch hier gegen die boxen? Bitte. Seid ihr mal wieder langsam ready? Ne, seid ihr nicht. Jetzt seid ihr ready. Und diese Nackt. Schön. Und weiter. Hier, die nächsten. Oh, das könnte doch was werden. Ja! Und jetzt hier. Ne, nicht die Nachkämpfer, die Fernkämpfer. Das ist euer Job. Oh, das könnte was werden. Was macht ihr? Jetzt verrecken die, bis die dort sind. Bis die dort sind, haben die wieder Moral verloren. Toll. So, die sind nackt. Die, lang machen. Ja. Das sieht, das sieht nach... Das wird langsam zu nem... Wie nennt man's? Platin holen, ist das schwer bei dem Game oder eher weniger? Also wenn ihr jetzt schon bei... Kein Bock mehr habt und es frustriert ist, dann glaube ich ehrlich, dass es... Schwierig ist, dort Platin zu holen, oder? Nice, Jungs, nice. Das Ganze wird langsam zu nem... Ne? Weiß ich mein. Ja? Ja? Nein? Scheiße, Alter, wann kamen die denn... Die Jungs denn her? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja? Ja? Digga, guck mal, die haben null Moral, sammeln sich schon. Riesen sind OP. Komm, jetzt macht die... Schöne Mannackenklatscher mitgeben. Was macht ihr? Was soll das? Könnt man hier weitergehen. Ihr seid... Ihr seid... Die sind fertig. Die sind fertig. Ihr müsst nicht... Ja. 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 Ha! 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 Verheerende Niederlage hieß es, ne? Ha! 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 So. Was ist jetzt hier los? Sind die... Äh, warum sind die weg? Ne, da sind sie noch. Hm, das sieht ganz schön schlecht aus für euch, ne? Das sieht ganz schön schlecht aus. Warum verschwindet die einfach? Hä? Was pass... Was ist passiert, Digga? Was ist da gerade passiert? Was habe ich denn jetzt verpasst, Digga? Das brauche ich gar nicht versuchen, weil die Stadt ist weg. Keine Ahnung, wer auch der anderen Mann ist, aber der hat, glaube ich, gerade einfach diese Rebellion dort bei mir weggemacht. Genau, das meinte ich. Hier unten habe ich halt nichts. Ich muss die hier oben jetzt lang machen, aber komplett. Echt wichtig. Achilles, du gehst erstmal raus. Du gehst hier rein. Nein, du gehst. Hier raus. Achilles. So, und warum ist er jetzt nicht dabei? Ich verstehe das nicht. Warum kriege ich von ihm keine Verstärkung? Jetzt, jetzt werden beide Linien angezeigt. Und, und sogar die Siedlungsgarnison. Also, was will man mehr? Nee, ich glaube, die Armee. Das würde zu lange dauern. Komm, automatisch ist Gefecht. Geht eigentlich nur. Pures. Gibt es hier ernsthaft eine, eine Begrenzung an Zeichen, die du hier reinhauen darfst? Bei YouTube in dem Live-Trad. Wer habe ich denn verloren? Die normale Miliz? Das ist ein Siedlungsgarnison. Okay. So, was gibst du ihm? Gib ihm deinen Riesen. Dann bleibst du hier drin. Nach Illes. Kannst du hier auf eine weite Reise begeben. So. Hört mal das schon mal geregelt. Hält nicht bewegt. Ihn hier. Die sind auch wieder gewachsen. Wir sind auch wieder. Weilen. 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 Das klingt gut. Also könnte nur ne Weile dauern, meinst du? Wenn ihr grad mal bis zum neunten kommt. Ja, aber dann seid ihr doch wahrscheinlich irgendwie so noch lange nicht im Endgame oder so und habt noch nicht die besten Waffen und alles, oder? Äh, also... Wenn ihr jetzt halt schon die besten Sachen und so habt und halt... ... meine Erfahrung kann eurem Grunde sein. Wenn ihr dann die besten Sachen und so nen Scheiß jetzt schon haben würdet, dann bis zum neun kommt, aber bis zum 50 müsste. Ja... Hm... 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 We will exploit that first for information. We will exploit that first for information. Das sind ja nur zwei schlechte Sachen, oder? Das klingt, halt wieder irgendwie, keine Ahnung, das habe ich schon wieder gefühlt, das gleich wie bei Enten wird fett gehalten, krasses Spiel, dann hast du es wieder. Dann haben wir wieder den Salat, ne? Dann haben wir wieder den Salat, ne? Dann haben wir wieder den Salat, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich muss warten, bis der zu mir kommt. Ich bin immer noch nicht in der Englisch gut in Form. Ich bin immer noch nicht in der Nähe. Ich bin immer noch nicht in der Nähe. Ich bin immer noch nicht in der Nähe. sie will endlichen friedens ab ja endlich ich bin stärker an 6 ich bin die stärke ich bin die stärkste kraft hier sehr heftig der handelspartner sparta und argos so deren angebot die bieten mir 3600 ja so sei es ich habe kein krieg der freund von der schlossenden die hatte im dienst auch so was will er denn bronze das laura auch am mittwoch geburtstag hat fisch aus anderen gestern laura hat am mittwoch geburtstag denn es müssen wir beide der eigentlich auch ausschränken eigentlich gehört es ja also ich wusste halt nicht nur ich kann nicht mitbekommen was hier passiert ist ja ich bin ja ich bin ja ich bin bei mit oder Ah, es geht wieder ins Plus. Schade. Ich verstehe. Es war halt im Prinzip, ne, wenn ich jetzt Geburtstag hätte. Ich würde halt nichts wollen, ne, weil ich brauche halt wirklich nichts. Ich habe zu Weihnachten schon Struggle mir irgendwie irgendwelche Wünsche mir einfallen zu lassen. Aber wenn nicht dann einfach, weil ich nichts möchte, niemanden. Also es kommt dann auch, also ich habe keine Ahnung. My talents can advance your plan. I go out into the world. Ready for war. I'll see them off. Alright, if I'm in a PSN card, do you think? Nee. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wann musst du denn zum Geburtstag? Fremde Botschafter ersuchen euch um einen Nicht-Angriffspakt. Solltet ihr annehmen, kann das zu besseren Handelsbeziehungen oder gar einem Bündnis führen. Kann ich nicht annehmen. Ja, mach das mal. Nee, kann ich nicht annehmen. Nee, kann ich nicht annehmen. Ja, nehm ich jetzt an. Ja, nehm ich jetzt an. Knappe Niederlage. Knappe Niederlage. Komm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ihre Krieger haben versteckte Feinde entdeckt. Lass ihn mal rein da. Und hier könnt ihr auch schön reinhalten. Aber das sieht nicht gut aus. Die verlieren schon den Mut bevor die überhaupt da sind. Kacke. Hier drauf. Oh oh. Die laufen mal zum Siegpunkt. Oder ne doch nicht. Doch 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 die kommen zurück. Kacke Scheiße. Ja. 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 Das muss ich unterbinden. Ah, scheiße. Hier bricht alles zusammen. Scheiße. Scheiße. Kacke. Oh, das war kackig. Wir müssen doch jetzt mal nackt sein. Ja, das schafft man nicht. Das ist ja gar nicht. Ja, das ist ja gar nicht. Ja, das ist ja gar nicht. Ja, das ist ja gar nicht. Nein, ich starte aber nicht ein. Ja, ich gucke gleich nach. Ja, das ist ja gar nicht. 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 Ja, hat die nur ausgehobbt. Ja, das ist ja gar nicht. Ach, die Hunde. Hä? Doch. Warum kann er sich denn nicht jetzt bewegen? Achilles ist der Champion. Ja, das ist ja gar nicht. Das wird nichts. Ja, das wird nichts. Ja, das wird nichts. Ja, ich gehe kurz aufs Klo und gucke nach. Ja, ich gehe kurz aufs Klo. 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 Vielen Dank. 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 Okay. Ich werde gewinnen oder sterben. Immer den Weg. Ich dachte, ich werde über Land schneller. Ripp. Jetzt ist der Boss hat er nicht mehr empört. Das sieht jetzt langsam schon alles besser aus. Ripp. 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 Und und etherischen Zugang machen wir uns noch. Ich biete ihm noch einen einmaligen Tausch an. Was braucht er? Kein Interesse. Bevorzugte Ressource. Da kann man noch... Wenn ich wieder alles geben würde... Juckt ihn nicht. Wenn man wieder uns das nicht angriffspakt... Dann haben wir uns von dem noch Ressourcen dazu. Gib mir deinen Stein. Und deinen Hals brauchst du ja nicht. Gut. 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 Du wirst glücklich kommen. Ja, die werden wahrscheinlich gleich verrecken. Brauch ich nicht. Argos. Wo ist Argos? Hier. Ihr seid gut auf der Seite von Sparta, höre ich, ne? Ja, guck mal, verbindet mit Sparta und Mykena. Mit Arcadia auch noch und Ithaca. Klar, wollen wir auch noch einen Sporting. Da. Ich bin froh, mit Achilles zu sprechen. Ab dafür. Jeder bleibt hier glücklich. Mhm. Das wäre ich genauso. Kannst du uns eigentlich gleich noch mal Mykene geben. Dass das hier mal komplett raus geht. Ich bin froh, mit Achilles zu sprechen. Zuhu 50. Zuhu 40. Zuhu 40. Zuhu 40. Zustände. Zuhu 40. Zuhulia... Reich brauchen wir jetzt auch nicht. Den hab ich jetzt gerade abgelehnt. Oder so 57, 55... 3. Den kannst du sicherlich nicht. Bye! Kataria Dithaka Ich respeite deine Werte im Kampf. Ich hoffe, dass du mein Intellekt respeitest. Guck dir an, wie das den nicht juckt. Können den 4000 Holz geben würden? Ja, das kannst du vergessen. Aber der will ja auch gar kein Holz. Schau zum Beispiel meinem Bronzeanbieter. Wie sieht's da aus? Ich könnte meinem ganzen Bronze geben. Juckt ihn gar nicht. Kannst du wirklich vergessen. Gut, da haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal einiges Schönes ausgehandelt hier. Fangen wir hiermit erstmal wieder an. Mhm. Dafür. Okay, danke. Dieser Stich. Schön. Keine Einheit verloren, gell. Natürlich besetzen. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Das war's aber noch nicht. Ne, hier unten ist noch der, ihre letzte Stadt, oder? Ist das die letzte wirklich? Mit der, ja, hatte ich mal mit ihr weiter hier lang gefahren. Das wusste ich nicht jetzt. Scheiße. Hm. Ja, dann fahren wir hier so in die Richtung hinten. Hier ist auch noch eine Insel. Guckt ihr mal bitte, was das ist. Hier sind die. Hier sind die. Hier sind die Inseln. Hier müssen wer hier ist. Ach, deck die Insel doch bitte komplett auf. So. Siedlungsverbesserung. Agent nicht bewegt. Komm. Gehen wir erstmal mit dem Boy weiter. Wo geh ich denn mit dem am besten mal hin? Einfach mal hier hoch. Kommen wir durch die Berge. Kommen wir durch die Berge. Ich warte immer. Ich warte immer. Ich warte immer. Schöne. Hier machen wir mal Siedlungsverbesserungen. Das Stück auf vier. Geil. Dann können wir noch Chorusus ausbauen. Zwei. Bau ist immer noch möglich in. Mellos. Sehen wir heute nochmal Mellos. Ach, das ist das Stück. Scheiße. Geil. Was ist das denn hier? Bronze. Ah ja genau. Da müssen wir definitiv noch ein Bronze-Dingens bauen. Minus Einfluss. Ist nicht schlimm. Guck mal, ich habe einen guten Einfluss. Dann kann ich das Ding auch bauen hier. Ab dafür. Ab dafür. Und königliche Anlässe kann ich nicht so ohne machen. Schön. Neue. Ja. Einen. Hey. Nein. Oh, ich sehe. Dann können Sie nicht nur Bessigin haben. Ich sehe nicht. - - - - Vielen Dank. Das ist zu viel Gold. Wer will genau das gleiche? Das ist zu viel Gold? Bei weniger hätte ich vielleicht eher gesagt, oh, nicht bei fucking 260 Gold. Bin schon 350 ab. Sehr gut. Sonst nichts? Okay. Dann deck du mir mal bitte die Insel komplett auf jetzt. Ist das jetzt zu viel verlangt? Okay, doch. Loll. Dann jetzt hier runter. Da ist niemand. Okay, konnte ich mir schon denken. Gut, dann kannst du als nächstes... Komm mal, guck mal, wie weit. Das ist bis hier runter, ne? Hier unten sind diese ganze Minoische Scheiße. Naja, hier ist auch dieser Minoische Kopf. Das sind diese ganzen Minotaurus-Kacke. Was weiß ich. Dann kannst du als nächstes tatsächlich mal... Wohin? Hier runter? Hier runter, Mann. Ist doch ein paar unten, Leute. Für dich wird Zeit auch alles. Ist auch niemand stationiert. Sehr schön. Muss ich für die nächste Runde warten? Jetzt wirklich? Ja. I am on my way. That just isn't possible. You may wish to reconsider. I can travel no farther. I can travel no farther. I've got one to take. I'm on my way. 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 So weit kann der nicht fahren. Hygiene macht sich wohl schon auf dem Weg hoch nach Treue, oder was? Der versucht das die ganze Zeit, ne? Der hört nicht auf. Ich glaub, da langsam bekommt der Schiss, ne? Nee, ich brauch deine Inseln, es tut mir leid. Viele. Nein. Tauschabkommen von 112 Bronzi-Runde. Bist du Hacke, Junge? Also ich mein, ich bekomm jetzt schon fast 200. Ne, 170. Aber... Bist du Hacke? Nein! Also sorry, aber... What the fuck, als ob ich das mache? Kann der nicht so mein Bronze komplett verkaufen? Oh, jetzt greift er da an. Du Ratte! Das hätt ich nicht gedacht. Scheiße, ich dachte der fährt direkt runter. Hm. Ist aber glaub ich der letzte von seiner Fraktion, ne? Ich hoffe mal. Ich hab mir dann nämlich keine... Oh lol! Tag hat Argos beweisen, davon überzeugt er, in eine Konfiguration einzugehen. So verdammelt sich macht ein Einfluss der Fraktion, ein solcher Erfolg mittels Diplopatisen durch großes Geschick und angewandte Zunge zu erreichen. Krass. Dann gibt's Argos jetzt nicht mehr. Der hat die einfach zerstört. Der hat die einfach zerstört. Oh Gott! Der hat die nicht mehr eingenommen. Der hat die einfach zerstört! Du Bastard! Oha! Was ein Hund! Oha! Der hat die Rituale. Boah. Das ist assi. Hoffenmal ich kann die irgendwann wieder aufbauen. Nicht das die zujenstelle bleibt. Ach fuck, den hab ich vergessen. Okay, okay. Was ist denn Ernst? Bastard. Was ist das denn für ein Abkommen? Holz? Er bietet mir 220 Holz, 550 Steine pro Runde. Bist du dumm? Nein. Hast du noch nicht Angriffspakt mit meinem Feind? Frech. Ey, der muss jetzt mal langsam echt weg. Der geht mir richtig auf den Piss gerade. Was ist das denn für ein Handelsposten in der Nähe einer eurer Siedlung und verwöhnen die Anwohner mit eindrucksvollen Geschichten und Exkursischen Warn. Wir wollen sie mit ihren umgehen. Handel zulassen. Minus Einfluss. Dafür Wachstum. Gold pro Runde, das ist krass. Gold pro Runde, das ist krass. Genau. Genau. Geht das wieder los, ey? Ich gehe raus in die Welt, und Leben ist eine Reise. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Ich will das bauen. Ja, jetzt hat er es wieder aufgebaut. Sieht es aus. Äh, habe ich das jetzt irgendwie neu gestartet? Blau, fortsetzen, ja. Es ist schwer und schnell. Sie töten sie alle! Ich will das sehen. Warum ich jetzt ein Minus mit Bronze? Oh, das... Da habe ich gar nicht drauf geguckt, was das vielleicht kostet, diese Scheißbelauerung aus Einheiten. Scheiße. Siehst du halt überall nur noch Ithaka, ne? Ich weiß auch die Scheiße, die machen mir echt Sorgen. Hier, Ithaka. Überall irgendwelche Armeen, da ist Ithaka. Weil er halt Argus mit übernommen hat. Ganz heftig. Ganz heftig. Ganz heftig. Dasirdi ist immer noch sehr, beden Lied, aber das ist alle. Ganz heftig. Und das hat sich schon komplett nach! Gam Text. Hmm. Was ist das denn jetzt? Äh... Wer bist du? Ich habe gesehen, wie ihr euch in der Schnacht verhaltet, ihr seid ein Feigling, ihr kämpft ohne Ehre und unerwürdigen Zweck, eins und so wahrscheinlich ähnlicher als einem König, was? Die, der es nicht irgendwie zu kämpfen war, ich werde gegen euch Maschinen und einen Blutlinie auslöschen lassen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, was ist das denn? In die Was ist das denn? Was ist das denn? Vielen Dank. Und jetzt... Scheiße. Ich hab hier oben auch nicht mehr. Ich hab doch drei. Wo ist mein dritter? War der verreckt? Wo ist mein dritter? Ich hatte drei. Okay. 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 Leave the details to me. They're of divine knowledge. Okay. 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 They won't get through. I won't give ground. A long walk ahead. Okay. Off we go. Man, the gate. Okay. Okay. Könnte man mal ein Wachhaus bauen, oder? Zufrieden ist schon scheiße. Die geht damit noch mal weiter runter. Mein Gott steige ich zufrieden, halt. Und ich kann Spiele machen. Okay. 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 Ich kanns jerken. Ich verstehe die Gewalt des Geidens. Ich möchte brechen. Genau, das wollte ich. Vorstehende Rebellion in drei Gebieten! Fuck! Da kann ich halt nichts machen! Der Typ, mit dem ich im Krieg bin. Wo ist der überhaupt? Wo ist Lügchen? Der ist hier drüben! Muss ich mir ja keine Sorgen machen, oder? Bin ich jetzt im Krieg mit dem, oder? Ja, ich bin im Krieg mit dem. Hm. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt erklärt der mir auch noch Krieg. Warum? Guck dir das mal an. Hier sitzt er schon. Habe ich gleich wieder Stress? Du Bastard. Und dort haben wir wieder eine Rebellion. Gloräse Niederlage. Nein. Ich sage nein. 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 Nein, 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 nein. Jungs. Jetzt drauf. Schön. Jetzt hier alle auf ein. Alle auf ein. Wenn er am Boden liegt, nachtreten. Was macht ihr denn? Eure Krieger verlieren den Mut! Eure Krieger sammeln sich! Eure Krieger wurden in die Flucht gestragen! Ich will, dass ihr den Anführer angreift! Alles auf den Anführer! Ja! Genau so! Der soll sich richtig einscheißen! Warum kriegt der so viel Moral? Oh nein! Er zieht durch! Ihr könnt da auch mal richtig rein lang! Ihr müsst da keine Scheu zeigen! Minion! Meine Freunde! Schön! Jetzt die lang machen! Schön! Macht sie schön lang! Nicht wegrennen! Lang machen! Jungs! Ihr könnt doch nicht den Anführer da alleine stehen lassen! Was sind das für Soldaten? So will ich das hören! Das sind... Eure Kriegen! Die sammeln sich nämlich! Ach Scheiße! Mein Held! Jungs! Da muss mehr kommen! Mehr! Das sieht nicht schön aus! Das sieht echt nicht schön aus! Äh! Ihr habt eine Einheit verloren! Komm! Die müssen doch nichts verrecken! Ja! 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 Sind die verrückt! Ich muss mich verarschen! Wie ist das denn jetzt passiert? Hä? Warum sind die denn jetzt einfach kaputt? Hä? Komplett sinnlos! Komplett dumm! Warum? Macht keinen Sinn! Der Feind nimmt euren Siegpunkt ein! Geht Acht! Ihr verliert an Boden! Och, Mann! Ich weiß nicht, ob das klappt! Hä? Was ist denn jetzt schon... Hä? Kein Sinn! Nein! Ich sage nein! Was war das denn jetzt wieder am Ende? Och, Mann, Junge! Ich muss mehr mit Flanken arbeiten, glaube ich! Echt! Komm, Gefecht starten! Los! Ich hätte die Tür im Wald verstecken können! Ich hätte wirklich gerne mit Flanken! Und dann würde ich nicht anfangen... Ich werde mich versuchen, aber dann noch etwas zu schmerzen! Ich werde mich immer wieder einmal für Sie Cancer. Aber wenn Sie PLN nicht an spielen können! Wie kann ich Flanken oder liefste? Ich würde mich nicht anders denken! Ich werde mich nur mit Flanken lassen. Wenn Sie bei uns Liefen lassen will nicht erstolen, Euer Held wird angegriffen. Eure Krieger verlieren den Mut. Eure Krieger verlieren. Ich weiß nicht, ob das mal schlau ist, auf den Helden zu gehen, weil der braucht scheiße lange halt, um zu verrecken und währenddessen können die anderen halt auf meine anderen Einheiten übel drauf nutzen, ne? Einer eurer Einheiten hat keine Munition mehr! Bei Ares! Eure Krieger sammeln sich! Schön! So, so einfach! So einfach! Was für kalt Mädchen! Ich hab grad mal die Hälfte verloren! Gerade mal die Hälfte meiner ganzen Streitmacht! Ja, Verteidigung ist gar nie so, wie ist das? Was ist denn das jetzt? Ein sehr großes Gesangebot! Die Lüge hier! Ich bin Frieden und eine Wohlwolle inzwischen noch ein Volk-Morösen-Sapir, du möchtest! Das ist der, der mir voll zählig ist, ne? Amen. Amen. Wie läuft denn jetzt hier die Blöder? No. Don't hold back. Bring that debt. The favor of the gods is ever shifting. I hear and interrupt. Across the waves. Making way. Okay. 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 Wir setzen es jetzt mal zu Ende. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Komm, machen wir noch eine Runde. Danach gehen wir rein. Hm, der versucht es immer noch, ne? Nein. Gibt es nicht. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Ja, das ist nicht. Gutes Angebot. Ich würde es eigentlich auch annehmen, aber ich will erstens das wieder zurück haben. Und ich möchte das am Eingang. Eigentlich möchte ich komplett weg anstatt den... Nein. Nein. Ich kann den einfach nicht bewegen, solange die das macht, ne? So lange das Erfolg hat, kann ich den nicht bewegen. Ich werde das richtig machen. Das ist genug klar. Ja, das ist nicht fair genug. Ja, das ist nicht fair genug. Ja, das ist nicht fair genug. Ja, das ist nicht fair. Ja. Das ist nicht fair. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bist du behindert? Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wer du bist? Heftig. Nee, kann ich auch nicht machen. Vielen Dank. Ich kann dich nur daran erinnern, dass ich gerade gesagt habe. Ich glaube, dass es der letzte Typ ist. Was ist das ein Räuber? So, ein Räuber. Oh, das ist ja... Oh, das ist ja... Auf geht's! Die waren versteckt. Euer Held wird angegriffen. Die waren versteckt, die sie aufmacht. Eure Krieger verlieren den Mut! ...Hungry for glory! ...Ready to fly! ...Compute is moving! Combat ready! You're all back! Eure Krieger, zamansi! So, you'll be able to get this turn! I've never seen you at the best turn! ...We'll be able to get this turn! Donch defender! Reichard! Spear! What is he here?! Sons of Akia! Die sind vertritt, bevor die ankommen. Das ist scheiße. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte nicht kämpft. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte nicht kämpft. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte nicht kämpft. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte nicht kämpft. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte nicht kämpft. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte nicht kämpft. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte nicht kämpft. Ich habe das Gefühl, dass die Hälfte nicht kämpft. Jetzt fliehen die auch. Okay, jetzt die. Egal, die sind egal. Ihr könnt auf die. Alles drauf da. Alles drauf da. Alles drauf. Nicht schlimm, wenn ich jetzt eine Einheit verliere. Ihr müsst auch mal schießen. Was passiert denn hier? Nichts passiert hier. Gar nichts. Ihr habt keine Munition. Warum geht ihr nicht in den Nahkampf? Rein. Greift an. Schießt. Blockiert. Geht zur Seite. Keine Ahnung. Irgendwas. Die sind lang. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Ich will jetzt sagen, dass sie zurückkommen. Hä? Warum habe ich verloren? Es macht keinen Sinn. Der Siegpunkt war noch nicht fertig. Ich verstehe es nicht. Das sind manchmal so diese Niederlagen, wo auf einmal einfach alle Truppen weg sind. Manchmal verstehe ich es. Ja klar, da hat der Gegner halt eindeutig mehr Leute, aber... Hä? Ich hätte die doch gerade noch lang machen können. Verstehe ich nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Echt nicht. Verstehe ich nicht. Aber bitte. Der Feind hat eure versteckten Einheiten entdeckt. Euer Held wird angegriffen. Einer eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Der Feind nimmt euren Siegpunkt ein. Ich werde dich unterbauen. Ich werde dich unterbauen. Geheizung zu Hause. Drei und bereit. Ich bin bereit. Ich habe nicht. Ich höre nur. Ich werde dich unterbauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Hades hat den feindlichen Helden zu sein. 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 Ich fühle sicher, dass dein Herz mit meinen Worten öffnet. Einfach ein kranker Bastard. Beeindruckend. Wahrlich beeindruckend. Kann ich ihn jetzt wieder bewegen? Ja, geil. Kann ich ihn jetzt wieder bewegen? Ja, geil. Ich komme zum nächsten Herausforderung. Ich gehe als Instruktor. Ich werde es richtig machen. Du bist in der Krieg. Vielen Dank. Hm. So, jetzt wird es aber mal langsam Zeit, hier einzumarschieren. Guck dir das mal an. Entscheidender Sieg. Achilles ist der Champion. Nahtkampf, Nahtkampf, das ist ein Fehlenkampf. Nahtkampf, nochmal Fehlenkampf. Aber ich würde mir nochmal Fehlenkampf holen. Sei schon hier. Vielen Dank. Schau mal dir. Entstanden. Jetzt haben wir nur noch... ...Diopes. Sieh mit, das gehört ja noch mir. Ich muss ihn jetzt lang machen. Das nächste Runde gehe ich dann direkt hier hoch. Ich hoffe mal, der hat nur solche Billo-Einheiten dort in dieser 20er-Armee. Sonst könnte es ekelhaft werden. Oh. Schon wieder so ein Tauschabkommen, Junge. Nein, das ist viel zu viel Stein, Junge. Dass die immer Stein von mir haben wollen. Das ist viel zu viel. Ich kann nicht so viele Steine raushauen für 150. Einfach zu viel. Hä? Hä? Nein, auch nicht. Das ist zu viel. Kann ich dir doch nicht 450 Steine geben, Junge? Warum hat der so viele Ressourcen? Warum? Was willst du mit zu viel? What the fuck? Vor allem, woher? Guck dir den mal an. Der hat zwei dieser Regionen. Wie macht der so viele Ressourcen? Bläh, Junge. Ja, das ist... Wow. Hm. Ich biete selber und versuche einfach so viele wie möglich noch von ihnen wegzureißen. Ich lasse ihn reinlaufen, wo er irgendwie von hinten entfernen kann, was wegzumachen oder sowas. Hauptsache, dass ich da irgendwie nochmal... Wat für meine... Für meinen Achilles, der gleich noch nachkommt. Uh, die sind alleine. Dann renne ich hier drüben einfach in die rein. So, Gefächt starten, komm. Gleich komplett durchspulen einmal. Und dann wird es schon drauf rennen. Der Feind hat eure versteckten Einheiten enttäckt. Power kann hier hinten mit den Fernkämpfern schön rühren. Euer Held wird angegriffen. Eure Krieger verlieren den Mund. WTF? Warum von hinten angegriffen halt? Gleich mach ich hier noch Power. Lang... Das war's schon. Ihr habt einen Siegpunkt verloren. Oh... Das ist aber nicht schlechte Einheiten... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist einfach nichts. Was ist das? Was ist das? Achilles ist das? Was 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 ist das? Ich habe das, was es braucht. Wie sieht es mit seiner Motivation mal langsam aus? Die müsste doch mal auch gehen, nachdem dieser Held die Runde in einer Garnison beendet. Held in Garnison nicht bewegt. Ich habe das, was es braucht. Mit hohem feindlichen Einfluss. Wie kann ich das irgendwie... Ich sehe schon ein Einfluss von 38%. Und der Ionische ist 51. Ach, das ist eh. Wer wäre an Attica? Attica wäre besser. Oh, hier ist er schieblich richtig gut. Jetzt werden Petelion, Alus und Fera. Das haben wir nicht. Elopien. Guck mal, hier könnten wir auch hin. Wenn er hier hoch gehen würde. Entweder da hoch oder runter. Dann schicke ich ihn jetzt unter. Nach Attica. Ja, da geht es in der Sonne hin. Man sollte sich schon mal die Motivation von dem Jungen wieder einkriegen. Ach, den habe ich wieder vergessen. Neun Runden lang willst du 750 Nahrung von mir. Bist du dumm? Das Maul. Ja, der kümpft genau die Amazon, gegen die ich letztens gekämpft habe. Wusste ich. Brauche ich ihn hier. Da lässt sich doch was rausholen. Oh, der hat beritten, der Krieger. Fuck. Der hat Reiter. Oh, ich weiß nicht, ob ich was gegen Reiter aussetzen kann. Keine Ahnung. Reiter sind doch voll heftig, oder? Der kommt von hier. Wenn ich die jetzt alle mal hier aufstelle, hier so ringsrum, sollte das doch klappen, oder? Könnte ich vielleicht irgendwie noch so ein... Nicht hier, weil ich dann durch den Wald komme. Guck mal. Guck mal. Habe ich da überhaupt irgendjemand, der mal gut flankieren könnte? Schwert und Schild. Schwert und Schild. Sind die schnell? Kann ich nicht machen, mit flankieren, glaube ich. So. Vorne. Schwert und Schild. Schwert und Schild noch vorne. Die müssen ein bisschen weiter hinter, damit die nicht so gesehen werden und beschossen werden. Die kommt gerade genau dahinter. Genau. Die ebenfalls. So. Die Jungs sind hier eigentlich ganz gut aufgehoben. Hier auf die Seite. Die schön lang. Kommen wir mal aus. Bin ich gespannt. Rein die in den Wald rein? Nee. Sollte schon, dass sie jetzt vielleicht hier hinten rumkommen. Die Pferde sind weg. Da sind sie. Mit Speer und Schild. Boah, fuck. Das ist scheiße gerade. Das ist echt scheiße. Die wollen, dass ich rauskomme. Euer Held wird angegriffen. Gucken wir mal nicht raus. Jetzt rein. Nee. Hallo, Bewegung. Müssen wir was machen. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Es geht noch. Wie ist das? Ja. Todploie. Die wollen. Die. Wie ist das? Müsstet jetzt auch mal rein. So. Könnt ihr mal nachgehen. Eure Krieger verlieren den Mut. Ich habe gleich keine Munition mehr der Schleuderer, aber der eine Trupp von mir hat auch keine Munition mehr gleich. Gehen wir nicht tatsächlich noch. Hätte ich nicht gedacht. Oh, was heißt hätte ich nicht gedacht? Lust. Die kacken hier ab. Jetzt mach den doch mal bitte lang. Komm. Jetzt ist er fertig. Schön. Und Gefecht beenden. Das sind Makedonen? Lol. Ich sag noch, was denkst du, wer du bist? Das sind fucking Makedonen. Hä. Lol. Die haben da oben ihr scheiß Königreich. Lust. Einfach Makedonen. Nein, jetzt gehen wir bitte nicht wieder auf den Sack. Lass meinen Typen in Ruhe. Einmaliger Tausch. Hm. Ich will es nicht. Eigentlich bekomme ich ja genug Kölz. Sorry. Er lauert sich nicht. Bietest mir nicht Angriff. Die Arcadia. Das ist... Ui. Die bieten mir nicht Angriffspakt? Obwohl die stärkeren 3 sind. Haben die eigentlich nicht nötig, oder? Ich biete mir dafür sogar eins. Mhm. Stimm ich zu, ja. Ja. digamos ich... Das ist... Was auch meine keh sente. Das ist... Ja. Vielen Dank. Jetzt fehlt mir das Gold. Ich habe, was es braucht. Reicht das? Weil die sind scheiße angeschlagen, ne? Hm. Mach ich. So, ist doch gut. Also. Okay. Da heult am Ende noch wieder jemand rum. Okay. 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 Ach, Illess, ich hatte doch... Hm? Bärtchen-Pferd. 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 Bいい kitausten. Nö, nee. Ich hab ihn ja hier runtergeschickt, stimmt. Damit er seine... ...Montimationen mal wieder in den Griff kriegt. Du hast ein Pferd? Hat der jetzt ein Pferd oder ist das irgendwie ein Buff für Pferde? Ne, hier wäre ein Reitier. Das Buff nur sein Reitier oder so, wenn er denn seite. Aber dann gehe ich mal zu dem anderen. Vielleicht habe ich ja, ich habe noch so ein Schwert, was ich dem vielleicht geben kann. Ich kann nicht beachten die ganze Zeit. Ui. Kann ich mir aber jetzt nicht proffizitechnisch leisten über die Runden. Ich bin so schon im Hinus. Hm, ein Schwert. Die Neueuers, ne. Machen wir uns mal einen Weg, ne? Geht's gleich rein. Dann hoffe ich, dass ich das dann mal mit dem Jungen war. Ne, aber ich habe jetzt eigentlich nur mit jemand anderem Krieg. Mit Matia hier im Krieg. Mit Lütien noch. Mit Makedonen, genau. Marketten, dann heißen sie hier. Makedon. Eigentlich Makedonen ohne das N. Eigentlich haben die doch hier die echten Namen die ganze Zeit. Das war nicht das Spiel. Es ist jetzt in Griefer Halle, aber die ganze Zeit andere Namen. Also von einigen Sachen. Nicht von allen. Na gut, dann gehe ich erstmal kurz aufs Klo. Das war nicht genau. Da war nicht genau. Vielen Dank. 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 Ich dachte gerade, das wären die Typen, mit denen ich Krieg habe. Ich verwechselte ihre Symbolen, aber... Ja, komm, mit dem Scheißagenten kannst du von mir aus machen, was du willst jetzt noch. Ich dachte, jetzt beeinflusst er noch mal meine Armee. Ich will winnen. Ich habe das so einen komischen Hintergrund. Das ist eine Motivation. Und steigte ich... Dann steigte ich... Wer denn ausgemerzt? So bevorstehen, Rebellion, wo? Hier unten. Ist jetzt echt ungünstig. So bevorstehen. 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 Wer ist ein Kampf für ein Kampf? Ich werde es weiter. Ich werde es nicht geben. Ich liebe es, Charlie! vergessen. That's it, I'm stuck. Die haben schon wieder ordentlich an Stärke auf jeden Fall zurückbekommen, ne? Guck mal, die waren, wo ich die angegriffen habe, waren die drittstärkste Macht in ganz Griechenland, ne? Dann hab ich die weggebummst. Dann waren die irgendwo Platz 36 oder so ne Scheiße. Jetzt sind sie schon wieder auf 10. Dann sind sie schon wieder auf jeden Fall. Dann sind sie schon wieder auf jeden Fall. Hätte ich heute meine Ruhe, ne? Meine Verlässlichkeitsbewertung. Bin auf jeden Fall noch recht gut dabei. Felsenfest bedeutet ja. Felsenfest, ne? Muss ich ja nicht erklären, aber ich weiß nicht, ob das auch noch weiter ins Plus gehen könnte statt Null. Felsenfest, ne? Vielleicht ist das erwachsende strategische Bedrohung. Vielleicht ist das erwachsende strategische Bedrohung. Ich weiß vielleicht nicht, über was die sich hier noch erstricken. Das hier könnte den vielleicht noch gehören, ich weiß nicht, das hier alles könnte noch der sein. Komm ich nehm's an. Hm. 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 Und er will jetzt das mal. Okay. Damit was das dann. Wir setzen die Siedlung. Und dürften die dann ausgeleuchtet haben, oder? Ja. 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 Jetzt habe ich endlich meine Ruhe von denen. Ja, hier gibt's halt noch Stress. Ja. 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 meine Sachen steuern. Ist viel einfacher. Ja, noch ein kleines Stück. Komm, jetzt entdeckt doch diese eine Scheißkack-Region dort. Ich gehe jetzt kurz an Land. Lauf zwei Meter und gehe wieder raus. Wenn ich nur komme, dann kann ich nicht. Ich kann nicht weit fahren. Ich möchte seinen kleinen Weg, den er dort abbrechen, genau. So. Nun kommt die Zikra zu öfter Musik. Werde ich den einen Typen weg und jetzt da runter? Kommt klar, dort. Genau, Achilles. Man muss jetzt mal langsam hier hoch. Oh! Wer seid ihr? Äh... Die... Stell ich das mal an. Bestieger. Perrafertus. Was sind die Lina nennen? Bin selbst schon vorbei. Ja, 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 ja. Von oben. Blau und Lina. Hm. Hä, bin ich die jetzt übersehen oder habe ich die sozusagen noch nicht entdeckt und sehe die jetzt neu. Ach, das ist die Stadt. Oh, ich bin so lost. Die heißen anders. Die heißen... Die heißen... Hyotarkilien. Ilyon. Ah, ja. Genau die. Muss ja ein langer Name sein. Das müsst ihr... Bin ich dumm. Die hab ich auf diese Art und Weise sozusagen noch nicht entdeckt. Ja, guck mal, weil ich brauche für Anax von Euboea, ja, brauche ich das Gyros und den Gyros und Peparetos. Und das würde ich gerne mal haben. Krieg ich erstens noch drei Sack des Poseidon, das ist schon was Nettes und diesen Titel. Das ist wie bei den Gens bei Crusader Kings, wenn du da auch ein eigenes Herzogturm dann hast. So, was ist das mit dem Anax? Ähm... Gut. Er ist verfügbar. Zufriedenheit, sieht ja richtig geil aus hier. Sehr befriedigend. Oh, ne Rebellion ist eigentlich richtig gut. Sehe ich ja erst jetzt. Da geht also ein Jahr... Ja, im Prinzip, das macht ja Sinn, ne? Also, das ist aber echt gut durchdacht. So an sich. Feierig. Weil wenn eine Rebellion ist... Sind ja die ganzen Unzufriedenen, machen ja eine Rebellion und dann schließen sich alle Unzufriedenen der Rebellion an. Und somit sind sie auch beide raus und die Zufriedenheit ist nicht mehr am Arsch, weil die Unzufriedenen nicht mehr da sind. Da geht die Zufriedenheit dann wieder hoch, bis sie halt wieder anfängt runter zu gehen. Sonst wäre der Unzufriedenheit 100. Rebellion, Rebellion macht's kaputt und die Unzufriedenheit sind immer noch auf 100. Guck mal, 36 Punkte beliegen aber da rauf, ne? Krass. Krass. Mit der Präsenz. Hm. So, ja, ich hab ja noch gar nicht den Erlass. Da muss ich ja wahrscheinlich wieder hier Spiele organisieren, ne? Zufriedenheit. So, Bronze. Wir sind mal jetzt schon auch nicht mehr im Minus. Alles, alles gerade wieder schön. Ach, es ist dich aber auch schon wieder die nächste Aufgabe. Das lass ich nicht mehr zu, dass du hier zu ruhen kommst. Und warte mal. Das hier könnte ich jetzt auch mal langsam hier angucken. Neben der Legende. Anax, der Jüngere! Okay. Ach, das lese ich mir gleich durch. Ich muss erst mal mies aufs Klo. Ich kann nicht mehr m noch ein bisschen. Vielen Dank. 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 Die sind auch im Krieg mit Sporta, das kann ich auch nicht bringen. Die sind im Krieg mit den... Ne, das ist gar nicht die, die ich meine. Die Piroten, keine Ahnung. Hesperien. Boetien. Ich weiß nicht, auch Platz 40. Hm. Ne. Auch im Krieg mit Sparta. Trözen. Das ist ja der Vasall von Sparta, soweit ich weiß. Dürfte der Vasall von... Ne, beziehungsweise der Vasall von Dingens. Von... Jetzt Itokoi. Also der war von Agamemnon. Agamemnon gibt es einfach nicht mehr. Guck dir das eigentlich mal an. Hier ist alles Itaka eigentlich, gefühlt. Das hier muss ich mal noch gucken. Das interessiert mich, wer das hat. Und hier ist auch rum, ob Sparta das alles hat. Oder Sparta halt wirklich nur so klein ist und sich hier unten nur verbreitet. So, was kommt hier? Kommt hier, guck mal, kommt hier. Itaka R6,2 ist immer noch zu wenig. Dann kommt denn mal Sparta. Sparta hier ganz unten. Ach, weil ich mit denen schon nicht Angriffspakt habe. Genau. Konföderation. Konföderation. Ich bin mit denen im Krieg. Mit Blümchen. Die werden jetzt halt nicht angezeigt, weil ich die noch nicht so entdeckt habe, glaube ich. Die hier würde ich gerne. Die möchte ich mir mit militärischen Zugang und nicht an Christpakt. Das ist Ajax, der Jüngere. Das ist der, den ich herausfordern muss. Das ist jetzt mal ein, oder? Das war's. Und ist das vielleicht so was wie Erdfeind? Weiß ich nicht. Wie geht's um meine Helden gerade? Er ist plus drei, das ist gut. Und er ist minus sieben. Ich sehe sie. Bringt sie ihre Tod. Gut. Ähm. Ich bin im Minus mit Gold, ich kann dir kein Gold geben, tut mir leid. Bedingt mir den militärischen Zugang, voller davon noch einen Brose, klar, nehme ich. Wie der da rumkriecht, Alter. Ja, der, ne? Ja, der ist schon bei 10. Ja, der ist schon bei 10. Geh die Schmerz! So will ich das sehen, Jungs. So sieht das ordentlich aus. Das ist für sie Slavery. Auf geht's! Geh! Du kannst mich auf die Schmerz. Ach, ich sehe hier unten, das ist aber noch minus 7, cool. Ich habe genau das Tauschabkommen. Guck mal, ich würde das genau gleiche Tauschabkommen jetzt anbieten und es geht einfach nicht. Wahrscheinlich, dass er jetzt genau die Ressource wegen mir halt... Wahrscheinlich, weil er genau diese Ressource jetzt wegen mir halt... ...nicht mehr so doll brauche. So, ich möchte nämlich den Teil hier von der Küste mal besser sehen. Oder, nee, hier sind ja gar keine anderen Gebiete, ne? Hier kann ja gar nichts anderes sein. Aber hier sind Berge dazwischen. Sparta gehört all das hier. Das ist alles Sparta. Nee. Das gehört zum Beispiel Terria, aber sonst... ...muss ich ja jetzt nicht genauer erkundigen. Das hier drüben... Das ist Etilio, halt nur eine Stadt, genau. Ich finde, ich kann das ja so sehen, dass Sparta... ...Sparta... ...und hier oben ist wieder Ithaca. Bacadia. Ithaca. Krass. Nee, Sparta hat zumindest das hier unten. Das finde ich schon mal noch gut. Und... ... ... Ja, wo gehe ich jetzt mit ihr hin? Ich nutze sie halt die ganze Zeit nur zum Ausspionieren, also was heißt Ausspionieren oder halt zum Erkunden. Der MIP. Gar nicht dafür, wo sie eigentlich für da ist. Ich erkunde einfach mal das Gebiet hier drüben. ... ... ... Was ist ein schönes Schiff, das ist. Das war's für heute. Jetzt wollen wir schon wieder mein Bronze, Digga. Jetzt immer mein Bronze wollen, ne? Nein. Wenn wir Holz haben, dann bekomme ich einen Stein. Okay. hatte ich irgendwelche ich kann es jetzt nicht noch weiter besänftigen gut dann gleich eine kurze pause Achtrunden. Minus 10 Einfluss aller Regierung. Was sieht das denn hier aus? Ach, jetzt geht es jetzt runter in der Runde. Hm. Every problem has a solution. The truth is not fixed. See travel is so great. The course all set. What now? We're out. 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 I'll do it. We're out. We're out. We're out. We're out. Um. No problem. Steigt das jetzt nicht bei mir hier runter? Oh, hier sieht das aus. Kein Selenge, das muss irgendwie sehen. Was kompliziert er denn so sehr? So, irgendein Gott, der mir Diplomatie bringt, Apollon vielleicht? Königlicher Alas zum Beispiel. Das Minotaurus, what the fuck? Hera könnte doch eigentlich mal Diplomatie bringen, oder? Athene vielleicht eher? Das geht jetzt eher auf Sperrkampf, oder? Das ist alles auf meine Einheiten. Na, Aphrodite, stimmt. Plus 10 diplomatische Beziehungen mit allen Fraktionen, ne? Das ist echt nicht schlecht, eigentlich. Aphrodite könnte man mal noch pushen. Was bringt mir die eigentlich, was, was hab ich eigentlich? Er hat halt am Anfang Bogenschützen gesehen, ne? Und dann wollte ich hier voran... Ähm... Ja, ist jetzt vielleicht nicht so. Hm. 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 Ich muss dafür Knosos besetzen. Mykene. Und Treuer. Hm. мерischer Sieg. Haus. Haus. Ma. Vielen Dank.